Dass dieses Jubiläum 40 Jahre Deutsch-Finnische Handelskammer und 100 Jahre Deutsch-Finnische Vereinigung in Lübeck stattfinden, freut mich als Wissenschaftlerin und als Bundestagsabgeordnete für die Hansebelt-Region außerordentlich. Finnland zeichnet sich aus durch Innovationskraft, Deutschland durch eine Markt- und Vertragssicherheit und beide Länder gemeinsam sind unschlagbar. Das Gesundheitswesen kenne ich als Ärztin und als Politikerin außerordentlich gut. Wir stehen hier in diesem Bereich zum Wohle der Patienten vor großen Herausforderungen der Big Data, um diese gut zu nutzen. Die finnischen Unternehmungen sind hier herausragend aufgestellt. Ich gratuliere Ihnen zum Jubiläum und wünsche uns weitere innovative und zukunftsträchtige Jahre gemeinsam.